Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen GTA Online Challenge mit allen aus dem Team Peetsmeet. Wir sind zu viert hier in unseren kleinen Attack-Helikoptern und da unten ist der arme Jay. Unsere Aufgabe wird jetzt sein, Jay zu jagen und ihn nur mit dem NG zu töten oder dippen, ohne selber zu sterben. Das halte ich aber für eine gefährliche Nummer, denn wenn du dein Heli verlierst, dann musst du dir halt erstmal wieder einen neuen Heli besorgen. Und das dauert nicht. Wer von uns es schafft, Jay am häufigsten zu killen in 20 Minuten, kriegt den Punkt. Wenn es keiner von uns schafft, Jay zu killen in 20 Minuten, kriegt er einen Punkt. Da hat Jay einfach gewonnen. Okay, 3, 2, 1, go! Die Peetsmeet einfach als erster abgehoben ist. Ja, TS-Lake, was soll ich sagen? Oh Gott. Warte mal, auch gegenseitig nicht abknallen, ne? Alter! Oh Gott! Einfach. Du hast es schon gedreht. Wie dreh ich mich denn hier vernünftig? Mit LB und RB. Oh Gott! Und ich darf euch nicht abschießen, das ist ja fast unnötig. Alter! Oh mein Gott! Wie die ganzen Schüsse hier kommen. Oh, ich hab fast getroffen. Aber du hast so grob in die Richtung. Ich hab fast getroffen. Oh Gott! Da kam ein Schuss. Ich geh mal tiefer. Ja. Wo ist er, wo ist er hin? Auf der anderen Seite vom Haus. Ach, der ist ja durchgefahren. Oh, Haus! Oh, das ist gut. Bisschen Abstand ist schön. Alter, wie das Ding am Wackeln ist. Ja, ohne Witz. Alter, jetzt kommt er mir entgegen. So wird das nix. Oh Gott! Ich hab mich... Oh, ich hab mich verliebt in Kontrolle. Ach, scheiße. Jake hat's mal ein bisschen weiter wegfahren. Jetzt noch mal hier. Nein, warum dreht der denn jetzt um? Jonathan, ab! Wo ist er hin? Er ist unter mir. Wir müssen nochmal neu anfliehen. Das ist mir zu nah dran. Jetzt ist das Dreh noch nicht herverkreiselt. Du musst mir richtig durchlegen. Oh Gott! Au! Nein! Er liegt auf einer Stelle! Oh, hab ich durchgeheilt! Naja, durch sein Auto durch. Oh, da kam die Schüsse, da kam die Schüsse. Aber doch lebe ich. Oh, shit! Er hat noch nix kaputt. Wie das aussieht! Oh, Alter! Oh, was? Da ist ja einer! Was macht die hier? Wie das aussieht! Ich muss weiter wegfliegen. Das ist zu nah dran. Alter, das ist einfach Krebs hier. Komm, ey. Komm jetzt. Jetzt weiß ich, wie du... Jonathan! Oh Gott! Oh Gott! Andere Richtung! Oh Gott! Wieso qualm ich eigentlich schon? Keine Ahnung. Oh, die Polizei, die News sind... Höher hin! Nein, der war hier! Oh Gott! Oh Gott! Der muss mal hier kurz weg. No, me, no! Alter! What the fuck? Oh Gott! Oh Gott! Ich brenne! Der hat seinen ersten Punkt! Ich brenne! Die hat zerfriert mich erledigt! Mega nice! Ich glaub mein Wagen ist gleich im Arsch. Was passiert wenn ich nicht mehr weiter fahren kann? Soll ich dann einfach den Wagen klauen? Oh Gott! Okay du hast Selbstmord gegangen. So jetzt habt ihr mehr Chancen hier. Fahrt hoch! Du bist denn im Auto? Ja. Da ist er! Es sind erst 4 Minuten. Ich glaub jetzt bin ich richtig am Arsch. Jetzt haut der wer auf die Reifen kaputt. Oh Gott! Oh Mann! Warum? Oh Kacke! Da war für Heli! Ich ruf mal währenddessen ein Morse Mortal Insurance. Aua! Oh Gott! Oh Brücke! Wo ist der? Ja ich wusste ja gerade, Handy am Steuer ist ungeheuer. Darfst du nicht. Oh Brücke! Oh mein Tesseract müsste mal wieder belebt werden. Ja komm hier. 20k. Brücke! Nicht hier! Hochziehen! Wo ist denn das Depot von Morse Morse? Morse irgendwann? Insurance. Oh dang. Oh Steen bleibt ist aber schlecht! Ich hab Jensen. Ich häng. Oh Gott ich hab einen Platten. Ui! Warte mal kurz. Nimm Platz! Oh Gott warte mal kurz. Oh Gott ich kann mich nicht mehr bewegen! Das Ding wackelt einfach die ganze Zeit nach links und rechts. Ja, ich kann auch nicht. Meine Felge sind links weg. Ne, mein Hubschrauber, nicht dein Auto. Oh Gott. Motorfehlfunktion. Jetzt. Jonathan. Oh, der ist drüber geflogen. Ich kann nicht wegdrehen, nur doch. Oh, mein Heli hat einen Aussetzer. Oh, oh, oh. Ich kann das so schwarz wieder ab. Wie komm ich denn zu meinem Auto nach vorne? Ich fahr da jetzt hab ich ne Polizei. Oh, hallo Bram, was geht? Habt ihr euch nicht mit dem? Ne, danke. Alter, wie man immer so ganz knapp macht. Oh Gott. Dreh dich doch nicht schon wieder, du Scheiße. Oh Mist. Ne, nicht mich treffen, bitte. Oh Gott. Oh, mein Heli macht's ganz doll aussetzbar. Die kleinen mobilen Helis sind auf jeden Fall die beste Methode. Auf jeden Fall. Alter. Oh, oh. Mein Heli piepelt. Jetzt wollen doch nicht laufen Unfälle. Ja, ja mal. Da muss man immer neu anfliegen. Das ist doch problematisch. Mein Heli kann nicht mehr fliegen. Oh, Peter. Boah, Peter. Das war voll der Galle. Mein Heli ist kaputt. Kann ich den? Nein, Heli. Du kannst ja auch beim Pegasus anrufen. Du kannst ja auch beim Pegasus anrufen. Oh fuck. Okay, und dann holt er den wieder ab oder was? Oh Gott. Nein, mein Heli ist ausgegangen. Ich fahre so wieder anders rum. Oh, das wird so niemand. Hallo Jay. Hi. Oh Gott, du kannst ja schießen. Ich kann nicht schießen, mein Heli ist einfach aus. Ja, genau. Wir sind einfach aus, alle. Ja, ich spiel's aus. Ich spiel's aus. Ich spiel's aus. Pegasus holt dieses Fahrzeug wieder ab. Ja, ja. Du musst aussteigen und dann... Alter, wie er immer umdreht. Sollen wir pausieren oder machen wir weiter während der Essen? Also, Bram und ich fliegen doch. Ja, okay. Bleib! Na, bitch! Ja, hast du gesagt, Christian? Hast du den zerstört, Zepp, oder nicht? Ne, ne. Der ist einfach diespawn. Aussteigen, diespawn und direkt wieder anrufen. Dann spawnt er da hinten am Hafen. Oh Gott! Bleib! Könnt ihr überhaupt hinterherkommen, wenn ich den Tesseract hab? Ne, ne? Wenn ich jetzt richtig Kette gebe, komm ich doch nicht weg. Oh Gott! Ja, okay, da sehen wir uns. Scheiße! Oh Gott, Bram! Diese scheiß Turnovers! Au! Wie drüber auf dem Boden gepumst ist und dann darüber geschnappt ist. Okay, ich hol mir meinen neuen Heli, komm! Easy! Komm schon! Nicht nach oben schießt Bram! Der ist nicht in der Luft! Ah, Leute! Und Bram ist tot! Der ging unter der Acht! Ich hab die Polen am Saar! Ey Jay, wo bist du so ungefähr? Oh Gott! Also Autofahrt ist mit dem Ausdruck viel besser. Guck mal, da sehe ich doch einen Punkt. Wer ist das? Ich fahr gerade zu meinem Heli. Oh Gott! Wo ist denn Jay? Wer ist denn da? Nicht den Dackel abschießen! Ah, im Casino! Oh! Oh Gott! Oh shit! Direkt kaputt die Karre, ey! Scheiße! Wieso? Wo ist denn der Heli? Hier ist das Krankenhaus! Wo ist der da? Auf dem Krankenhaus vielleicht! Wer ist obendrauf? Das glaube ich aber nicht! Oh Gott! Ich benutze alle Taktiken! Lauf! Oh Gott! Nein! Oh! Jetzt bin ich voll in die Waffe! Ich bin voll reingerannt! Oh shit! Da kommen die... Oh fuck! Da kommen die Polizisten! Meine Freunde! Meine Bros sind am Start! Welches davon dreht mich? Oh! Jetzt habe ich gerade die Bullen gerammt! Ich wollte so einen neuen Heli holen! Das ist der Heli! Fehler! Jetzt kommen die runter! Wir wollen noch Kreise drehen! Nee, nee! Da ist Sepp noch! Nicht auf mich schießen! Ich schieß einfach! Ich schieß einfach! Hör auf mich, Alter! Hä? Stimmt überhaupt nicht, du Affe! Nur weil die Polizei auf dich schießt! Wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Am Casino! Welcher ist denn Jada von da unten? AUSCH! Immer noch am Casino! Gott! Diese Steuerung von dem Tesseract geht gar nicht! Leute, ich habe auch mein... Ist mein Reifen kaputt? Leute, ich habe meine Fähne jetzt im Arsch! Ja, aber ich bin da hinten im Autobahn gespawren! Oh Gott! Oh Gott! Geiler Move! Alter, dafür könnt ihr mal ein Like da lassen! Ja, für den Move auf die Autobahn! Oh Gott, ich habe auf Peter geschossen! Blö, ihr habt den Typen erschossen im Auto! Ja, bei dem geht das natürlich nicht! Äh, geht dann! Wie kann ich die Kino-Kamera machen? Bleib hier, Jonathan! Ich bin wieder am Stizzle! Jetzt geht es! So, ey, so weit weg! Alter, der ist ja am anderen Arsch der Welt gespawnt! Ja, der fliegt gerade! Oh Gott! Nein, du Sau! Ich brenne! Brenne, jetzt habt ihr die Chance! Ich fahr sehr langsam! Ja, fahr mal nicht langsam! Nein, nicht sehr langsam! Ach so! Okay, fahr ich schnell! Ja, das ist okay! Na, fahr ich schnell! Thomas, Thomas... Ah! Wieso spawnt denn das so weit weg? Aber jetzt bist du schnell, oder? Ja? Oh Gott! Ich hab nach hinten geguckt! Oh nein! Oh, Bram hat ihn gekriegt! Aber Bram ist gestorben dabei! Ja, aber der ist danach jetzt explodiert! Ja, er war explodiert danach! Ich konnte mich nicht mehr aufhalten, müssen ihr sagen, ob das zählt! Oh, weh! Du hast ihn aber abgeschossen und du hast ihn nicht durch Dip gekillt! Ja, ja, ja! Er hat mich abgeschossen! Dann, äh, geh ich mal wieder los hier! Oh, mal ab hier! Hier, Ficker! Komm! Das ist toll, das ist doch mit der Unterbodenbeleuchtung! Ja, da kennt er mich gleich nicht mehr gännen! Ja! Ey, die hatte ich übrigens beim Tesseract auch! Nürgengrün! Ich hab das Gefühl, ich werde die ganze beschossen! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Steuerruck! Wie komm ich denn hier raus? Oh Gott! Muss ich da raus? Ich will aber da raus! Wieso fliegt eigentlich unser schlechtester Autofahrer? Ach Bullshit! Nicht am Gott! Aber er spielt doch mit dem Controller, Peter! Ne, ich spiele mit dem Controller! Oh Gott! Tief! 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 Oh Gott! wieder ab. Was ist jetzt hier los? Moment, ich hab schon viel früher kurz auf den geschossen. Nein, ich bin auf dem Kopf. Liegt der schon wieder auf dem Kopf? Der hat dich kurz anvisiert. Kannst du halt irgendwie auf J umstellen? Das wäre voll praktisch, wenn man den anvisieren könnte. Nee, das funktioniert gar nicht. Hier ist Polizei. Wo muss ich denn hier hin? Hab mich getroffen. Hey, wieso ist denn mein Heli jetzt weg? Was ist denn die Scheiße? Schützt mich. Oh Gott. Oh Gott. Warum bin ich jetzt schon wieder hier auf Asche? Was ist jetzt los? Mein Heli ist da verschwunden. Mein Heli auch. Leute, war da so ein fetter drauf? Ey, willst du mich verarschen? Alter, was ratten der mich jetzt? Oh nein! Walsch ey. Der hat mich, der andere Tür hat sich, der Wälder hat mich umgerammt. Oh Gott. Autofahren in Anführungszeichen. Der Wälder hat mich umgerammt. Oh Gott. Oh, hallo? Hallo. War ein bisschen tief. Ich muss auch gerade wieder neu anfahren. Scheiße. Schießt auf mich. Leute, ihr müsst echt gucken. Es gibt nur einen Spawn und wenn ein anderer Heli dann spawnt, dann müsst ihr den erst wegparken. Jay ist mittlerweile so weit im Norden, dann ist schon wieder ein neuer Spawn. Ja, hier ist auf jeden Fall ein Heli. Wo ist denn Jay? Jay, wie bist denn du so? Am See. Am Weg zu dem Taxi. Oh. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Alter. Jay liegt wieder auf dem Kopf. Mach gerade den Neymar. Ja. Aber mein Heli wackelt auch nur da links und rechts die ganze Kälte. Ist doch wirklich so. Alter. Ja, da hinten seid ihr. Da, ich sehe sie. Am Horizont. Mann, hier ist alles voll mit Scheiß-Aussuss. Ja, alles voll ballern. Ja, die blocken dich doch. Ja, scheiße ist das. Also, die blocken doch für dich. Ja, ne. Die fahren dann. Die sind unterrechenbar. Wer hat da jetzt mal die Felge? Wer ist genauso unterrechenbar? Ja. Ja. Jonathan. Oh, jetzt fällt er auf gerade ein Stück. Jetzt könnte ich ihn treffen. Oh, er hat sich gedreht. Nein, dann biegt er ab. Gott, ich war genau drauf. Oh, was. Alter. Ihr kennt jetzt den Weg. Ich komme jetzt in einen Tunnel. Na, ich habe ihn getrunken. Und ich komme auf der anderen Seite wieder raus. Versprochen. Ja, natürlich. Wirklich. Wirklich. Wirklich einfach in den Tunnel. Ja, macht ihr. Okay, war auch ein geiler Move. Wenn jetzt einer mehr in den Tunnel kommen darf. Ich glaube, da komme ich nicht rein. Ich wollte entgegenkommen, aber ich bin zu langsam. Nein. Mein letzteres am Tunnel. Wir sehen, wenn du umdrehst. Er wartet. Er wartet. Ey, ich muss euch ja eine Chance geben, dass ihr auf die andere Seite kommt. Oh, oh, oh. Polizei hier. Alter, meine Waage ist schon richtig am Arsch. Polizei verstopft hier. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Oh Mist. Nein, ich brenne. Oh Gott. Oh Gott. Oh nein. Ich überschlag mich. Jetzt. Jetzt oder nicht. Oh nein. Jawohl. Oh Mann. Oh Mann. 3. Runde. Get me. You bitches. Catch me if you can. Warte mal. Wie... Ist das hier unten eine Straße? Ist das eine Straße? Ja da unten? Ja. Ja. Jonathan. Was macht der denn da? Rückwärts. Oh Gott. Oh Bram. Nein, der schieb mich doch nicht weg! Komm, Ramp, komm wir! Nein! Alter! Als ob ich den Rampfall eigentlich Wandel genommen hatte. Der Wagen ist voll im Arsch, der Polizei, die Karre. Oh, Alter, ich glaub, das überlebe ich nicht lang. Oh, was? Alter, wie viel der Treffer eben gedrückt. Ja, jetzt geht's richtig ab. Wir wissen jetzt, wie's geht. Alter, what the fuck? Ja, schon, hoch mit dir, Heli. Wie langsam der Wagen nur noch ist. Oh, ich brenn schon. What? Oh. Oh, nicht, 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 nicht. Gehen verkehrt. Oh Gott! Ist klar, Jay gerammt. Ich kann nicht mehr. Ich bin super langsam. Nein, nein! Kill! Nein! Wir haben ihn gekriegt! Wir haben ihn nicht mal berührt, die Sau! Voll gemein. Und ich hau voll in Sepp. Nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ist das dumm. Das ist schon cool. Na gut. Aber Bram hat trotzdem gewonnen. Ja, easy game. Das war echt witzig. Das war echt witzig. Das kann man echt nochmal wiederholen. Also die Bilder, die ich da teilweise hatte, als ich vor euch weggefahren bin, die war schon wirklich lustig. Wir haben zwei Punkte. Herzlichen Glückwunsch. Oh geil, Alter. Und das war mal wieder eine GTA Online Challenge. Alter! Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Hau rein. Tschüss.